Hallo liebe Leute, hier ist der Venni vom Halo Cluster ohne HD und ich hab es euch gesagt, ich hab euch gesagt, wir hören uns wahrscheinlich doch nochmal vor Ende des Jahres und BAM, es gibt noch ein paar News, die wir euch natürlich direkt um die Ohren hauen wollen und deswegen, schnallt euch an und kommt mit mir auf die Reise der Cluster News! Wie schon eben erwähnt, wollten wir uns eigentlich erst nächstes Jahr wieder hören, aber das neueste Statement des 343 Industries Chefs Bonnie Ross hat uns kalt erwischt und davon muss einfach noch berichtet werden, bevor dieses Jahr zu Ende geht. Nach den zahlreichen Problemen mit der Master Chief Collection ist jetzt endlich die Rede von einer Entschädigung! Alle die den Zeitraum vom 11. November bis zum 19. Dezember online gespielt haben, beziehungsweise es versucht haben, erwartet ein recht umfangreiches Content Update. Neben einer einmonatigen Xbox Live Gold Mitgliedschaft, exklusiven Avataren und exklusiven Namensschildern, findet auch Halo 3 ODST seinen Weg auf die Next Gen Konsole, was ziemlich überraschend kommt, wie ich finde. In 1080p und mit 60 FPS versteht sich natürlich. Viele von euch sind wahrscheinlich jetzt schon mehr als entschädigt, aber das war's noch nicht ganz. Außerdem wird es in diesem Zuge noch eine siebte Remasterte Map geben, die nachgereicht wird. Dabei handelt es sich um die ehemals aus dem Map-Tecular Pack enthaltene Map Relic oder auf Deutsch Relic. Die Mehrspielerkarte und Halo 3 ODST sind jedoch noch in Arbeit und werden voraussichtlich erst in näherer Zukunft erscheinen. Das heißt also noch etwas Geduld, liebe Freunde. Mit dieser Wiedergutmachung, den in den nächsten Wochen kommenden Koop-Modus Spartan Ops und der Halo 5 Beta, haben wir jetzt wohl alle Infos verwurstet, die dieses Jahr noch anstanden, beziehungsweise anstehen. Und falls ihr Xbox One Beta-Tester seid, dann wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß beim Halo 5 Multiplayer. Wenn ihr noch selber noch nicht reinschauen könnt, dann kann ich euch an dieser Stelle auch mal auf meinen Kanal verweisen. Da gibt es auch schon das ein oder andere Gameplay und auch ein nettes Commentary zu den ganzen Spartan Abilities und wie ich das Halo 5 bisher zu finde. Jetzt verabschiede ich mich aber wirklich, wirklich, wirklich von euch für dieses Jahr. Wünsche euch jetzt auch nochmal frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr, ganz im Namen des gesamten Clusters. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr wieder so rege daran beteiligt, die Halo Community in Deutschland aufleben zu lassen, liebe Freunde. Ich würde sagen, macht's gut, haut da rein und lasst euch gut gehen. Tschüss.